herzlich willkommen liebe gaming freunde ladies and gentlemen hierzu docks organized neatly oder wie nils sagen würde den wuschel organisator gucken wir die wuschelis ja wir haben hier verschiedene kleine wuschelis kleine hundis und die müssen wir hier entsprechend in ein raster hinein organisieren deswegen auch docks organized neatly also auf gut deutsch übersetzt und ordnungsgemäß eingeordnete hunde kuschelis das problem ist dass diese hunde sehr unterschiedlich formen haben das ist also gar nicht so einfach oh mein gott das ist ja schon richtig heftig vor allem ob sie es ganz schön muss sich das kann ja gar nicht sein da fehlen doch hunde wie soll das gehen bitte ach da ist ja auch noch so ein riesen vieh ok oh mein gott ok ok das ist ehrlich gesagt das ist ja die hölle ah ja das schaut schon mal gut aus 3 das passt doch nie und nimmer da rein oder doch 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 die verbrauchen ja vier die verbrauchen ja wie willst du das da oben machen weil drei hammer net wie soll das gehen wir haben ja nur vier hunde noch ja ich weiß es ja nicht weiß ja nicht wie das gehen soll das passt nie und nimmer ein fehlt da nicht irgendwie ein hund ja jetzt haben wir halt wieder das problem mit dem hier das ist so schwer guck mal gut gemacht also wir haben hier den langen und wir haben dann den um die ecke schau und die zwei mobs um die ecken dann den hüpfen und und den großen oh mein gott hier kommt belle und schau du hast einen neuen hund entdeckt es ist belle belle ist ein genügsamer und sie liebt es auf der couch zu liegen und am bauch gekraut so jetzt müssen wir mal gucken der ist ja gigantisch das macht mir kopf zersprechen hier ok wie muss man denn die einordnen 1 2 3 4 5 macht die der macht mir immer kopf zerbrechen der macht mir immer kopf zerbrechen 5 würde ja hier rein passen was das mit rein es war dann mal naja also es gibt verschiedene möglichkeiten jetzt muss man mal gucken wie das passen zwei haben man nicht so geht es ja auch so wird es auch gehen ja auch gehen aber das siehst du passt der ja nicht es geht umич küçochISH das wird von nein das machts auch gehen recruiter Fotos Fotos Total ietet irgendwie die ecke hier was sind das hier das könnte man so machen okay was ist mit dem hund hier das bringt ja nichts das ist das ist das problem immer das problem hier der ist immer das problem hier was der weder nicht rein die zwei sind schwierig weil die sich nicht ergänzen verstehst du die ergänzen sich nicht das sind natürliche feinde passten daran der rein hier ja da passt er wieder nicht rein sag ich ja die zwei passen nicht rein der hier das ist das ist das problem willst du denn den reintun das ist der wuschel organisator wir sehen uns beim nächsten bei der nächsten folge lassen like und ein abo da euer nils ciao die kleine hecheli